Jeder kriegt eine zweite Chance, aber nicht jeder schafft es, sie zu ergreifen. Zum Glück hatte ich einen ganz wunderbaren Freund, der mir bei meiner zweiten Chance geholfen hat. Hallo ihr Lieben, heute mal wieder mit einem etwas anderen Video für euch und zwar ist heute der 18.05. Und heute ist DVD und Blu-Ray Start zu diesem Film hier, Bob der Streuner. Ich durfte mir diesen Film in Kooperation mit der Medienagentur Entertainment Kombinat im Vorfeld schon nochmal mit angucken und möchte euch gerne heute meine Meinung zu diesem Film nochmal präsentieren und ich kann nur sagen, dieser Film war absolut großartig. Und am Ende gibt es noch ein kleines Gewinnspiel, also bleibt auf jeden Fall dran. Ansonsten verlinke ich euch jetzt hier nochmal den Trailer zu diesem Film, falls ihr da nochmal mit reinschauen wollt und natürlich packe ich ihn auch nochmal unten in die Infobox. Und ja, wie ich Bob der Streuner fand, seht ihr jetzt gleich und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie immer möchte ich euch erstmal ganz kurz erzählen, worum es in Bob der Streuner eigentlich geht. In diesem Film geht es um James und James ist Straßenmusiker und hangelt sich so von Tag zu Tag. Er versucht in dieser Welt zu überleben und verdient mit seiner Straßenmusik nicht wirklich viel Geld. Und eines Tages ist es so, dass er eine Straßenkatze findet, die verletzt ist und er sich um sie kümmert. Diese Straßenkatze nennt er dann später Bob und als Bob gesund gepflegt ist, möchte er ihn in die Freiheit zurück entlassen. Doch Bob sieht das ganz, ganz anders. Bob möchte bei James bleiben und weicht ihn von diesem Tag an nicht mehr von der Seite. Und was die beiden dann alles so erleben und wie Bob es schafft, das Leben von James komplett zu ändern und dem Leben von James wieder einen Inhalt zu geben, das ist es, worum es in diesem Film geht. Wie die meisten von euch wissen, ist Bob der Streuner ja eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Und das fand ich schon mal absolut faszinierend und absolut toll, das dann mit dem Hintergrund zu sehen. Denn eine Geschichte, die so herzerwärmend ist und so herzzerreißend auch teilweise, dass die wirklich so passiert ist, fände ich absolut großartig und ja, ich bin ein riesiger Fan von dieser Geschichte jetzt, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Und ich kann nur sagen, dass ich auch die Handlung von dem Film absolut großartig fand. Ich fand von der ersten bis zur letzten Minute diesen Film absolut genial. Ich habe den Film an dem Tag, wo ich ihn geguckt habe, zweimal angeschaut, weil ich ihn einfach so toll finde. Und weil der Film einfach in mir ein sehr, sehr warmes Gefühl zurückgelassen hat. Also das ist, glaube ich, so ein Film, den kann man immer gucken, wenn es einem mal schlecht geht im Leben. Und der schafft es dann ein bisschen wieder Kraft zu geben und neue Hoffnung zu schöpfen. Und das ist auch so der Punkt, was dieser Film vermitteln möchte. Ich glaube, der Film möchte in der Kernaussage einfach vermitteln, gib nicht auf, egal wie schlecht es um dich steht, es geht immer irgendwie weiter. Und irgendwie schafft man es immer, sich aus seinem Tief wieder herauszukämpfen. Also wie gesagt, ich fand die Handlung von diesem Film einfach nur absolut großartig. Ich werde mir das Buch jetzt auf jeden Fall noch kaufen und noch mitlesen. Ich mochte es total. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich die Umsetzung des Films auch absolut großartig fand. Ich fand die Kameraeinstellung total genial. Ich fand es toll, dass man hier Bilder hat aus der Perspektive von Bob. Ich fand diese über die Schulterkamera Perspektive absolut großartig. Und generell, wie dieser ganze Film in Szene gesetzt worden ist mit der Belichtung und der Beleuchtung, hat mir wahnsinnig toll gefallen. Ich finde, der vermittelt einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl beim Schauen. Einfach großartig. Auch die Besetzung von diesem Film kann sich echt sehen lassen. Ich finde, Luke Dreadway hat es ganz, ganz toll gespielt in diesem Film. Er trägt ja diesen Film quasi fast alleine als Hauptdarsteller. Und ich fand ihn einfach nur großartig, wie das Ganze umgesetzt hat. Ich war in dem kompletten Film bei ihm und ich habe mit ihm gelitten und mich mit ihm gefreut und alles. Und ja, ich fand den Film einfach nur großartig. Ich kann es immer wieder nur erzählen. Ich fand die Umsetzung dieses Films einfach nur gelungen. Ich fand die Schauspieler toll. Ich fand die Handlung toll. Ich fand die Kameraperspektiven toll. Ich fand diese selbst gesungene Musik in diesem Film hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und das hat diesem Film einen ganz, ganz besonderen Charme auch nochmal mitgegeben. Und ja, ich kann nur sagen, dass dieser Film rundum perfekt für mich ist. Ich habe an diesem Film absolut nichts auszusetzen. Er ist richtig gut und ja, I love it. I love it, I love it, I love it. Und was natürlich auch ein ganz, ganz großer Pluspunkt für diesen Film ist, dass Bob Bob spielt. Also man hat natürlich hier für Stuntaufnahmen und sowas Katzendubel quasi verwendet für manche Szenen. Aber im Großen und Ganzen spielt Bob halt diesen Film. Und diese Katze ist so unglaublich toll in Szene gesetzt. Und die ist so unglaublich toll und süß. Und ich hätte diese Katze die ganze Zeit nur knuddeln können. Also ich bin ja eigentlich mehr der Hundemensch. Und ich fand diese Katze aber einfach nur toll. Und jeder Mensch, der Tiere irgendwie mag, sollte sich allein deswegen diesen Film schon angucken, weil diese Katze einfach nur genial in Szene gesetzt wurde. Und ja, I love it, I like it. Und ich kann euch diesen Film wirklich, wirklich nur ans Herz legen und wirklich nur empfehlen. Und da das Ganze hier ja eine Kooperation ist, geht ihr natürlich nicht leer aus. Ich darf eine DVD zum DVD und Blu-Ray Start jetzt am 18. Mai von Bob der Streuner an euch verlosen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, beantwortet mir bitte einfach nur die Frage, in welchem Land spielt Bob der Streuner? Das ist keine allzu schwere Frage. Ich denke, das kriegt man raus. Und ja, also wenn ihr diesen absolut tollen, großartigen, genialen Film auch mal sehen wollt, dann schreibt mir die Antwort einfach unten in die Kommentare. Ich fand diesen Film einfach nur unglaublich gut und kann ihn euch wirklich nur empfehlen. Und ich schwärme von diesem Film und ich werde auch die nächsten Tage noch mit diesem Film schwärmen und die nächsten Wochen und Monate. Ich werde ihn mit diesem Film bestimmt auch noch hundertmal anschauen. Und ja, ich fand ihn einfach nur großartig. Ich werde das Gewinnspiel eine Woche laufen lassen und dann einfach in den Kommentar den Gewinner hier bekannt geben und dann auch persönlich nochmal mit anschreiben. Also ja, falls ihr diesen tollen Film gewinnen wollt, schreibt mir einfach die Antwort auf die Frage, in welchem Land dieser Film spielt. Unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und ja, I love it, I love it, I love it. Mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Das war meine kurze Review zu Bob der Streuner. Also ich fand diesen Film einfach nur großartig. Wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Oder wenn ihr vielleicht das Buch gelesen habt, könnt ihr mir eure Meinung dazu auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.